Wunderschönen guten Morgen, wir spielen wieder eine kleine Runde Battlefield 3, heute auf dem Event Peak Eroberung. Oder? Doch. Aber wir sind nicht im selben Squad, das finde ich frech. Bist du überhaupt bei mir im Team? Ja, weil ich immer noch lade. Achso. Ich bin lade. Stehst du? Ich bin bei den Russen, weißt du? Kleiner Spaß im Ganzen. Aha, aha, aha. Au, au. Einmal sinnlos irgendwo reinhalten, irgendjemand trifft man schon. Hey, ich hab gejoinzt. Bist du Russen oder Amis? Weiß ich noch nicht, der Punkt leuchtet. Ich hab vor allem keinen Sound. Gut. Oh, ich bin dann gern Squad. Ich muss eh noch mal raus. Das macht keinen Sinn ohne schauen. Die bluten. Meine Mutter blutet. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob die noch blutet. Au, 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 au. Du bist in meiner Sorte, kann ich nicht mehr tragen, Bugi. So, bist du jetzt bei mir oder nicht, Junge? Jetzt warte mal, guck halt mal nach, Junge. Hast du jetzt schon geladen? Hast du jetzt schon geladen? Sag' ja nicht. Hast du jetzt schon geladen? Sag' ich nicht. Hast du jetzt schon geladen? Sag' ich nicht. Hast du dich? Bist du schon geladen? Sag' ich nicht. Bist du zum Penis? Sag' ich dich? Sag' ich dich? das video legt was zur hölle so jetzt möchte ich gerne mal du bist bei mir sehr gut dann machen wir jetzt erst mal zusammen ist gott ich komme zu dir ich bin ich bin im alpha squad ich hab ein cooles lisier jetzt kommt er wieder hier rausgelaufen der mongo weißt dann macht man mal einen live und wird gleich erschossen scheiße das auto wieder schießt da ja ich hab's gesehen so ein blöde ich bin noch mal geballt geht mich aber immer wieder auf damit kann ich unendlich viele menschen töten ich kann jetzt kann ich dich nicht mehr aufheben weil du zu schnell wieder gestorben bist aber warum nicht dann komm ich jetzt zu dir Tobias ich mach mir die Hosen nass beim Tobias nass jetzt I'm just like, WTF? And I'm just like, oh fuck yourself Aua, Aua Lass mich rein, du und ich mich auf, du und ich mich auf, du und ich mich auf, thank you Aua, 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 Tod Nein, er darf nicht sterben Wir müssen durch den großen Tunnel rein, die verteidigen die kleinen Tunnel Ah ja, macht du Spaß Zu sehr, aua, 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 aua Ich habe mich dann, hm, getötet also haben die nun wie eine von der gar nicht um jetzt in der kopf der rhein vorhanden scheiße er wenn es wohl ist wenn du im tunnel bist da ist alles offen wir sehen nicht überall das ist das denn jetzt er hat dann wohl statt das alles offen mal da im penis ist offen man deine mutter ist offen die einen snipen die anderen stehen da vorne rum der jeep fliegt in die luft alle laufen so wie die letzten behinderten mongos sie pusht über rechts sie pusht über rechts deine mutter pusht in ihrem bhl ja fickt euch doch alle da kannst du mal richtig fliegen du blöder helikopter ne kann er nicht fucking spam camper was ist denn ein spam camper was kannst du mir erstmal verraten ein spam camper das ist der der praktisch der camp an deinem spam punkt damit er praktisch die realen spam abfangen kann ernsthaft jetzt keine ahnung alter aber keine scheiße blöden kleinen wichser ist alter da spawne ich im helikopter und sterbe weil mein fallschirm nicht aufgeht ja das ist doch doch doof is doch gemein ist das ich hab einen büchermann pass auf da oben sind wer auf dem hügel noch ja ich weiß den bruder war einer mit messer so ich habe ein gemessert immerhin so ich komme jetzt hin nein ich will nicht so wieder in so einem scheiße wird die liegen da alle auf dem hohe alle auf höhe liegen die da alle ich hasse mein team schmeiße jetzt erstmal granate rein das hat er echt verdient ohne miss reise kann man auch die großen traktoren gefahren last lader was zwei erwischt den dritten immer den dritten immer aber ich glaube sind alle tot haben sie uns eher eingenommen die wixers haben sie die eingenommen ernsthaft ist doch doof also du bist doch echt du bist du bist du einfach ach jetzt muss ich nein das war so klar scheiß timing jetzt leck ich an dem kerl vorbei an wem leckst du vorbei meiner mutter lenke ich gleich alle so eine scheiße macht ganz so wie viele deine mutter willst finde ich gut und ja du hast viele viele deine mutterwitze deine mutter macht viele witze da war ja gar keiner mehr na gut dann nicht jetzt kesseln sie uns halt von beiden seiten ein ne deine mutter hat nen kessel du machst sie manchmal essen alter lauf halt zu meine klasse dich geholt ja kreuzfeuer bitches gemietzert haha da sind sie beide einfach umgefallen die fotzen alter ich leck im genau richtigen moment für den anderen gegner so ihr ficker muss man mal ein bisschen ein auf rambo machen anders geht das nicht hier was hat der da gehabt ein bolt okay er ist wieder eingenommen folgen ich bin schwul ne ist ja ein bisschen schwul lass mich ich kann nichts dafür aber das alle jetzt haben wir auch noch mörser irgendwo dahinter der brücke stehen scheiße der hobby der hobby folter wie stadtami der hobby folter wie stadtami alle zerpiss dich doch bitte mal ohne mensch ich krieg gleich die scheiße füge wurden krisen du stirbst du 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 gestürzt hey irgendwie ich weiß nicht immer wenn es richtig heftig haut auf ort kommt fängt rein nicht meine performance sondern mein internet an zu verkacken ziemlich heftig ich habe gerade einen direkt nach der ecke in headshot mit der pistole in den kopf gegeben alter hat deine phrase alter das war voll der skillshot deine mutter ist und dein vater hat einen skillshot gemacht der war gut der war fast gut so alter lass mich da drüber ja push mal da den gang entlang das geht eigentlich einigermaßen das habe ich das letzte mal auch ganz gut geschafft vorsicht typ typ ach man magi ja bitte lauf doch nicht an den leuten vorbei doch klar das macht der meiste spaß so haha du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht genau jetzt hast du meinen plan endlich verstanden hier voll die scheiß idee junge da fährt ein cheap das macht schwarze zu schießen tobi auuuu der ist voll heftig verteidigt warte ich lass den heal da das kann doch nicht sein dass wir uns beide erwischt nur weil der mongo wie der meine schussbahn reinläuft fick dich doch holy shit man ich muss aufs Klo hoffentlich ist die Runde bald vorbei da muss er pivii da muss die Frau ran what's that skiddup skiddup got a big cock what up got a big cock hi hi party people oh scheiß ich bin runter gefallen ach Panzer geh doch da weg man ja der schießt mir der small auf zwei Meter auf mich und ich bin tot was zur Hölle was zur Hölle ja was hast du auch für ein kack Internet Junge das kann doch mal echt nicht angehen eigentlich besser wir verlieren nur wegen deinem Internet weil die in der Internet was die Internet war ein spawn beacon draußen gestanden willst du mich verarschen jetzt ficken die uns alle jetzt ficken die von hinten ja leckt Sniper wo auch immer der war ich glaube im Gang drin oder ja die kommen durch den Gang rechts raus jetzt oder ne sie campen sie campen das klangst du gerade als wärst du kurz vorm Robotiken abficken ach ist bei dir dann auch immer so ein Gerausche ja aber mir auch nicht schnell fickt euch ach man ey das sind immer zu viele allein so viel zum Teamplay da kommt auch immer keine Sau mit wenn du mal vorstürmst wo bist du denn wir verlieren gerade d das ist ja okay wir haben gerade den Panzer von uns geklaut willst du mich verarschen ach das ist irgendwie ein deprimierendes Spieltoken ja individuell läuft es gar nicht schlecht aber das Team kriegt voll auf den Sack du sagst du schreist mich an wenn ich am Gegner vorbeilaufen ja ich hab's ja ich hab's gerade versucht einfach mal durch zu pushen das hat nur leider nicht geklappt ja genau und bei mir ich war vorhin ein Idiot und ein dummer Nugel ja weil du weil du direkt links weil du gerade direkt links abgebogen bist als der vor dir aufgetaucht ist alter alter du Nuttenkopf du Nuttenkopf Nuttenkopf ich lade das Spiel hoch also hör auf halt die Fresse umso besser dann weiß jeder dass du eigentlich ein Spaß bist halt die Fresse ach komm schon komm schon Kinderz ich bin vierter mit einem scheiß Gameplay weißt du das schlechte fuck verfickte Ficke huuuiuiuiuiui we need a tank right now in the tunnel ja wenigstens hab ich eine RPG noch angejagt verreckt doch alle ok gut ich komm von der Seite na das gibt's doch nicht er hat ein xbow der typ weißt du er liegt da hinten mit einem pfeil und schießt uns über den haufen willst du mich verarschen ich komme weil wir bloß nicht um das gemerkt ja du hast mir den rücken geschossen oder da liegt einer auf dem boden den habe ich nicht gesehen ach ne modi ja probierst ich bin da gebeben war ich mal ja ich setze jetzt ein radio piken wenn ich bin gespawnt bin alles gibt es doch nicht ich leck halt immer im falschen moment immer dahin da haben radio piken gesetzt hinten im tunnel da kannst du es daraus born es gibt es doch nicht warum lecke ich denn immer so die krise gleich die haben beide die haben beide kaputt gemacht hast du auch leckst eigentlich nur ich ne ich lecke überhaupt nicht na doch manchmal schon war nicht jetzt beim spiel hier ist ein cheap im weg was zur hölle leute ihr könnt das ding auch nehmen und damit auch überall rauch Wir haben so unfähige Panzerfahrer ohne Mist. Jetzt push mal wenigstens mal ein bisschen, Zeit wird's ey. Vier Kills, und wuhuuu. Nein, den wollte ich messen. Alter, immer wenn du so krass schreist, Tobi. Ja? Leck mein Internet. Warum, wenn ich schreie? Schrei nochmal? Nein! Nein, okay, doch nicht. Schade. Das wäre der Killnummer 100.000, Alter. Killnummer 100.000. Ja, den hole ich mir. Jawoll. Meiner. Ich hab grad irgendwie glaubt. Ah, shit, die schwamm wieder. Du Bitschukitin. Ach ne, das war diesmal gar nicht der mit dem X-Bow, sondern mit einer Shotgun. Na ja, gut. Ich mach jetzt wieder Medic, dann kann ich dich auch aufheben. Okay. Ich bin grad enttäuscht. Ja, jetzt sind wir die ganzen Beacons weg. Das gibt's doch nicht. Denen können wir nicht fahren, er ist kaputt. Ich glaub, du wirst dich verhauen, du. Primm, primm. 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 Wir haben mich alle mal aufschlecken. Juhu. Hast du den freigesprengt echt? Ja. Geil. Hä? Ey, wir haben da hinten Beacon stehen. Warum benutzt den denn keiner? so wenn ich können du musst eine granate drunter schmeißen so so war der pass auf gar nichts okay du hast eine scheiße so jetzt aber unfrei da sind 15 leute vor dem tunneleingang da hätte ich ganz gern manchmal ab und zu so ein granatwerfer oder so das wäre voll praktisch hast du es jetzt mal geschafft oder soll ich dir helfen ich krieg gleich die verfickte scheißkrise mörser sind böse jetzt ist das ding kaputt ja hab ich auch so's gefühl t Monica da ist ein panzer kam da ist ein panzer WTF? 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 Ja, gleich ist vorbei. Gleich ist vorbei. Es bewahrheitet sich bei dieser Map mal wieder, wer, wer den Ding hat, der gewinnt. Es ist vorbei. Ah, okay. Da sind wieder überall Typen. Ich hab' jetzt mal ganz gesichert Ich krieg' jetzt echt leicht so wie Scheiß verfickte Fickkrise. Perfikt noch eins. Ich fick gleich ab. Nice. 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 Ich kenn' mal mal Reis mit Eis. Ich hätt' gern einmal mit Eis. Einmal was zum Balsen. jetzt stirbt doch endlich das war geil weg da das auch schon wieder sind 23 ja ja ich habe den 1 habe erwischt rechts ja 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 mit der automatischen na klar mit der cyga wer benutzt denn bitte die seige ich nehme jetzt die spaß junge der reiger benutzt die seige commander reich ein ganz böcher mann wie du halt immer noch wie der reike aussieht macht klasse ich recht naja ein bisschen wenn du fertig wartest der fertig ist fertig aber der bärtig ist ja auch gar nicht bei der gleich ist vorbei 1 vielen dank fürs zuschauen das war wieder immer eine wunderschöne runde mit überhaupt kein sport camping oder sonstigen scheiße was 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 ist los was zum nächsten mal